Aber hallo, Ladies! Seht euch mal das ganze Frischfleisch an! Woo! Wie dir das reinmachen? Essen auf Rädern? Oh Mann, Alter. Sowas geht ja gar nicht. Wie viel Laborerfahrung haben Sie? Ich hab meinen Frosch seziert. Sehen Sie? Sehen Sie? Die pissen auf uns und sind noch nicht mal so höflich, es uns als Regen zu verkaufen. Ich geh jetzt... Bringt Pandora sie um und scheißt sie aus, bevor sie überhaupt was merken. Ich war ein Marine. Ein Krieger. Vom Stamme der Ledernacken. Vom Stamme der Ledernacken? Da braucht man nur einen Stock in die Luft zu werfen und der landet garantiert auf irgendeinem heiligen Gefahren oder sowas. Nein. Sie deutet den Willen von Ava. Wer ist Ava? Hier am BFA. Was ist BFA? Das heißt, man muss sehen können, wo man hinfliegt. Hier kann man noch gar nichts sehen. Ja, genau. So ein Scheiß aber auch. Sir, die haben das Feuer eröffnet. Das soll doch ihr voll Witz sein. Das ist zahlig. Sie haben sich doch nicht etwa im Wald verirrt, oder? Ihr letzter Bericht ist schon mehr als zwei Wochen her. Ich fange an an, ihre Entschlossenheit zu zweit bin. Ich fange an, ihre Entschlossenheit zu zweit. Der Bericht nicht hinbekommt. Ich lerne die Ukrainer nicht noch. Darf sein. BUSCHER TIGER!